Ja Leute, was geht? Es geht weiter hier mit Let's Play Lost Judgment hier auf dem PC Und wir wurden letztes Mal angesprochen, das letztes Mal, nicht mehr angesprochen, wir wurden von Attentätern überrascht wegen irgendwas, warum auch immer Wir sind ja weit auf der Spur Leute, das merkt man immer daran, wenn Attentäter kommen, die irgendwann nervös wird und sonst was, dann sind wir richtig Und es ist alles passiert, also wir sind richtig Leute, wir machen alles richtig Also, wenn man ja von der Yakuza verprügelt wird, hat man alles richtig gemacht, hier in Judgment So, mein Schwarz, willst du etwa frech werden? Was ist das los? Bitte, bitte seid doch vernünftig Ähm, was ist da los? Moment mal, den kenne ich Das ist der Eremit von Kamurocho, Iyama-san Ich entscheide in der Klemme, ich sollte einschreiten Nebenfall Extrakt der Vergangenheit Hey, lass den alten Mann in Ruhe Was? Yagami-san? Ist dir der Typ dein Kumpel oder so? Er ist ein alter Freund als Kamurocho Und wenn du ihm was antun willst, lass ich das nicht zu Von, von antun hat keiner was gesagt Hier geht es nur, äh, ums Geschäft Oh, wirklich Wirklich Willst du das ändern? Dann arbeite mit mir Auf gar keinen Fall Du willst dir wohl einfach nichts sagen lassen, was? Hey Er hat sich klar ausgedrückt Und jetzt verzieht dich Ähm Ich muss dir wohl da zuerst das Maul stopfen Das ist zwar mein letztes, aber Das ist zwar mein letztes, aber was sollt Heuer damit Das ist ein anderer meiner Exakten Wie bist du? Hast du etwa gestohlen? Kasai? Ja Ja Hadi ist euch echt die Wucht Der mich wie ein verdammter Superheld Wohl eher wie ein Super-Schurker Und ich hätte sie nicht gerne mich sagen Dass er zeigt, dass er geschockt hat Macht einen sehr viel stärker als normal Bezweifelt das ihnen In seinem ersten Zustand Der ist ein Kämpfer wie du Beikommen kann Außer natürlich, du bist das hier Was ist das? Und weiter, das möchte ich euch zeigt Dass ich während meiner Zeit hier entwickelt habe Nimm es Du kannst es ihm schlagen und schlaggleich tun Interessant Und sorgf ich mal Verlangen nochmal für Schankengleichheit Seid ihr fertig mit dem Gelaber? Ich sagte, trinke euch Zeit, um vorübergehend wieder die Kräfte zu halten Probiere zuerst das rasender Ansturm-Extakt, dass du in der Items-App Und der Heiligen-Hinne befindet Sie sagt, das macht dich Macht dann einen Angriff, wo du startest Und die Dämpferde der Gegner durchfasst Ich habe Sorge, ich habe jetzt keine Sorge dafür, dass du dich nie wieder willst Okay Hm? Oh, jetzt macht er nicht ein Tutorial da Oh, oh, da Ich würde dir was für eine resolver machen So Halt die Fresse Oh, jetzt bin ich halt tot Also, ich würde mal ganz gerne mich wieder noch einmal aufladen Ok, tschüss Nun, man könnte sagen, es war mir eine Reise, die mich hierher geführt hat. Meine Reise zu mir selbst. Hätte ich bei der ersten Begegnung davon erzählt, wie ich als Kind in den Bergen ausgesetzt worden bin? Ja. Ach ja, du sagtest. Als du gefunden wolltest, war es jetzt ein Z für dein Extrakt bereits in deinem Besitz, richtig? Genau. Und da ich keine Verwandten habe, ist dieses alte Dokument mein einziger Endwert auf meine Vergangenheit. Darum habe ich jetzt mein Leben lang gesucht, ja untersucht, um zu sehen, ob es irgendein Licht auf meine Vergangenheit werfen kann. Meinst du nicht auch, du könntest ein Tengu sein? Keine Ahnung, ob es ernst gemeint war, aber hast du seitdem etwas herausgefunden? Leider nicht. Doch, dass ich nach El Jinchou gekommen bin, könnte ein Schritt in die nicht die Richtung sein. Wie kommst du darauf? Ich habe von einem Forscher gehört, der hier lebt, wie sehe ich hier ausgestellt, besitzt er einen alten Kodex, der mein Extraktrezept sehr ähnlich ist. Nice see. Ah, verstehe. Das könnte also eine Spur sein. Ja, und ich dachte, vielleicht muss ich eine Weile in den Jinchou bleiben, aber darum habe ich hier neulich mein Leben, äh, mein Laden wieder aufgemacht. Aber wie du gesagt hast, geriet ich bei uns hier dieses Gauners. Ja, es gibt nichts vergleichbar, es ist vergleichbar, es ist exakt auf dem Markt. Früher als Spieler wird jemand daraus Profit schlagen wollen. Aber, aber sie im Aspen produzieren wir unten total verantwortlich, sie können kriminell nicht hinzufallen. Da ist was dran. Wie die Maus sei, schau mal mein Laden vorbei, er ist in China Town. Ich bin stolz darauf, dass ich seit deinem letzten so endlich ein neuer Extraktier entwickelt habe. Ach wirklich? Dann solltest du mir vielleicht gleich mal ansehen. Unbedingt, ich zeige dir den Weg. Ja, ich würde vielleicht ganz gerne noch eine Energie aufladen. Hm, hm, hm. Hier lebt die Jama-San, also. Das war dann deine Art, das hier zusammen zu Hause zu machen. Ja, irgendwie Sam, bitte fühl dich viel zu Hause. Also, da ist heimtchen genau schlimm wie das alte. Erinnert sich da, wenn man es hat, wie man es dir erstellt hat. Hm, ich weiß nicht mehr so genau, wie das alles funktioniert. Ist hier schon ein paar Jahre her. Keine Sorge, ich zeige dir das Verfahren gleich nochmal. Ich zeige dir den Konsentale, die aus den Urkräften der Natur. Es gibt viele Varianten und alle haben einen eigenen Zweck. Manche regen in der Gesundheit, andere steigern und haben die Fähigkeiten. Mit manchen gehst du sogar in weniger Stille rein. Was hast du jetzt gesagt hast? Du meinst, ich kann einfach etwas trinken, um aus einem Kampf rauszukommen? Ist das wissenschaftlich überhaupt unmöglich? Ah, wie ich sagte, habe ich ein Disponente, ein Mysterium. Gleich erzeugt er, die Rormone, die die Akkistenbedürmten Typen von Menschen haben. Mensch, er könnte Liebestrank entwickeln. So, hä, ich liebe diese Frau. Hier, dann nimm das. Wie nennt man das? Ein Anti-Gangster-Spray. Jedenfalls muss ich, muss ich zunächst mal ein Material sammeln, um eine Änderung herzustellen. Ah, sagen für deine Hilfe, kannst du auch die Materialien benutzen, die ich habe. Jetzt versuchen. Oh, aha. Ich habe, na, wo habe ich mich nicht in die Ohren. Äh, ja. Was soll ich denn hier stellen? Das hier? Okay, das dürfte der Ralfers 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 sein. Ah, ich würde sagen, das ist recht gut gelungen. War doch ganz einfach, oder? Du musst nur an der Stadt die richtigen Materialien sammeln und sie in die Brühe geben. Dann ist der Exzizid in Nukomates fertig. Damit du nicht hier jetzt mal zu mir kommst, gibt es ja ein Spezialgefäß zu meiner Extraktlösung. Dazu kannst du im Anfang eine Extraktlösung zaubern. Bei der Zeit aufzubewahren, benötigst du einen schönen Behälter und nur ein Extrakt pro Behälter, so lauf die Regel. Wenn ich mehr Seite habe, brauche ich also mehrere Behälter. Richtig, und nicht bloß irgendwelche. Das sind eher leere Extraktbehälter. In einem normalen Behälter würden die zusammen verderben oder noch schlimmer schmelzen. Die würden schmelzen, die Leute sollte ja auch wirklich trinken. Ah, keine Sorge, dein Körper trägt keinen Schaden davon. Jedenfalls nutzt diese Behälter überall in der Gegend. Manche meiner Kunden werfen den leeren Extraktbehälter einfach weg. Wenn du oft damit so wiederverwendest, tust du dir selber in der Stadt also einen gefangen. Sehr super, das wird ja mal besser. Tja, da halte ich wohl auch schon nach diesen Behältern. Nachdem ich das jetzt geklärt habe, würdest du mir einen Gefallen tun? Sicher, wenn ich kann. Dann lasst du dich an den Forscher, den ich erwähnt habe, den mit dem alten Kodex. Wir haben die tägliche Meinung studiert. Aber wir kommen nicht weiter. Wir benötigen seltene Materialien, und zwar jede Menge. Ich würde sie selber suchen, aber mein Rücken macht mich weh zu schaffen. Ich tippe leider, dass ich ständig um etwas bitter, aber könntest du mir die Materialien beschaffen, die ich brauche? Das soll doch kein Problem sein. Gibt es eine Extraktriebeungenschmerzen? Das wäre schön, aber gewöhnliche Leiden helfen dir als Hauptsache nicht. Die eher perfekte sind eher ungewöhnlich, was du nicht sagst. Die selten Materialien, die du baust, kann ich dir auch in der Stadt finden? Oh ja, jede einzelne Zeitleite lässt sich mit Dingen brauen, der du in der Straße findest. Das eigentliche Rezept verlangt allerdings dir rein natürlich Materialien. Aber da ich in der Stadt lebe, habe ich gelernt, entsprechend eine Extraktriebe zu senden. Es könnte sein, dass ich dich um mein Recht habe, sondern ich dir bitte. Aber sie haben ja alle Niedszeuge versichert dir. Stimmt, einmal ging das um Pfad zum Vordergrund ein Weg war aus Latex. Bär, das war äh, das war äh. Ich hab dich aus dem, äh, 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 geteilt als Bejungen, das du deine Hilfe war mein Geschaschen. Entschuldige, jetzt ich dich, äh, damit du blästig, aber kannst du ja was beifuß, beibringen, beifuß? Ja, komm ich hin. Oha, muss ich hier die ganzen, ja, ja, das war damals genauso, es war im ersten Teil schon so, es habe ich im ersten Teil mich nicht gemacht. Weiß ich noch. Was kann ich, ja gut, dann, ja, muss man jetzt die ganze Zeit, ich will aber erst dann nicht mal was, ja, ich will mal immer was gucken. Mhm. Ist ja, oh ja, hier ist immer hier. Aber da ist man das doch an, Leute. Vielleicht wär das mal ne Anlaufstelle. Hä? Achso. 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 Ja, der frisst, ja, was wirkt, das sind die armen Geschmacksnerven. Ja, ich frage es einfach mal alles. ja was wenn ich was wollen jetzt machen wollen wir jetzt hierhin würde ich mal sagen oder ja genau gehen wir da ist ein genau ein bisschen die haupt machen wollen wir die wir gehen wir da hin gehen mit zukunft ich weiß was ich machen wollte jetzt weiß ich wieder ich wollte ich wollte ja mal gucken wie meine vorräte aussehen das habe ich vergessen habe ich ja gesagt so aber ist ja gar kein problem Prozent Vorräte wo sind sie wenn sie braucht Vorräte überhaupt mal gegen die eigenen drei von drei 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 wo sie bekommen wird ich sage ich habe mal drei von drei von auf jeden Fall die die sind die 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 zumal schon mal so genau Mieter ja aber da habe ich mir noch nicht so Probleme und werde ich mindestens der Reihe der Welt geblieben in einem Angriff die Städte erweiterung das ist es wenn wir jetzt hier zu tun und jünglich ich das tun sich ja richtig oder noch mehr bekommen jetzt lohnt sich ja richtig warte mal wie bekomme ich jetzt in die verprügeln ja können wir gar nicht weitermachen mit auf story da hat sich erledigt 80 immer wenn wir zu kommen von uns will oder wer wir haben zu kommen wollen Hey, Groter! Oh, der will gleich mitzertreten! Genau, da müssen wir irgendwie mal die Materialien sammeln. Ja, manche Quästen... Ja, gut, eure Materialien, das kann man immer machen. Das habe ich aber auch nicht so nervig. Das kann man jetzt nicht ganz so nervig wie dieses mit dem... mit diesem Gangster da. Och, Leute! Was ist denn heute? Los, ist die Akutzer! Damit irgendwie muss ich mir anlegen. Alter, habt ihr... Ihr habt ja echt Aggressionsprobleme! Der ist so unbefriedigt, vor allem Job oder Womb. Wollt die ganze Leute verprügeln. Man, denn euer Job wollte es ja unheimlich unbefrieden sein. Und die ganze Zeit irgendwelche Leute verprügeln wollte. Dann holen die sich um den Schuss von 2 Jahren an. Macht da wohl immer dann... ...uner bei der Ding... ...beider Verfolgerung schon. eine apotheke was hat der apotheke einmal genau das kaufen kaufen wir kriegen wer mehr genug geld hast du vor der hause die laube der kauf ich mal mal er kommt aber es kauft doch mal stag es sagt auch ganz gut sein haben wir alles davon blutstehungsbüster alle katzen vor als kann ich mal hilfreich sein falls man den kurs bekommen über katze vorhaben ist das abwegig das kann nicht passieren was ist das nicht also die kräfte zu überweisen wird bei sie anders aber sind alle cool auf ihre art das war ein bisschen komisch gut immer ein ja dass wir den tickets an einem aber dafür würde ich ganz gerne die farben diese dinge erfahren da das wird aber auf screen machen aber nicht mit der welt etwas geht für skaten das ist ja nicht also aufträge das verbotene aroma hast du schon mal was im phantom armen sand gehörte das war aber nicht nur diese folge machen oder die die folge mit zacken oder landet einmal machen lese einmal vor muss er aber noch mal machen genau das hat und sie sagen sauer sensate was given das picture in der muster reali schicken herr up sie wouldn't even stick around have a chat some mysterious woman handed her the photo sie's gotta be linked to hero because she was murder in one way or another if i had to guess she's working with her for ihara but i couldn't tell you how they're connected it might even be that she's the one who hired the yokohama liumang to attack you at that restaurant if they're telling you to drop the mikoshiba case they're connected too a threat like that might have worked on a run of the mill detective in over his head but how do you think you even got on their radar at all yagamishi mikoshiba's case is so big they needed hired muscle to stop you if i'm that much of a thorn in their side the police investigation is worse yeah that's true even if they stop you in your tracks kanagawa police would just pick up the trail right where you left off i have to figure i'm not the one they were really there to threaten into staying silent it was sawa sensei four years ago when toshira ohara killed himself apparently she thought mikoshiba was the one bullying him i set up that meeting with her so she could tell me more about what really happened at the time but as of now someone's pretty bent on making sure she doesn't reveal that that'd be my guess well if that's the case i'm afraid their threats were actually pretty effective sawa sensei's lips are sealed now there's not much we can really do about it don't worry i'm not near done yet besides they've already made one big mistake yeah they hired a gang thinking they could scare a detective off the scent no way in hell they're expecting me to double down even harder on it you're totally right that was a rather massive oversight on their part that night the news broke on every channel and across the internet that the corpse found in yijincho had been identified every student teacher and faculty member at serio high school would know how hero mikoshiba died the details were heartbreaking and a lot of lives were about to be turned upside down yeah okay und damit würde ich sagen kann man die folge auch ganz gut beenden ich danke fürs zuschauen war auf jeden Fall krass heute also ja wir werden auf jeden Fall bei dem Fall natürlich dranbleiben und wie lange geht's richtig los aber es dauert also man muss auch sagen das ist ein sehr viel ruhigeres Ding es war Jakuza ja gerade ja auch so Jakuza 3 ist ja deutlich ruhiger als die einen Jakuza Games und das Judgment Spiel ist auch ruhiger also das mag ich also du weißt halt nicht was du kriegst also wirklich also du kaufst so ein Jakuza okay die Jakuza wird da wieder dabei sein ganz klar oder Japan aber jedes Spiel es ist krass also von Zero bis Kiwami bis hier Judgment ja mehr von denen noch nicht gespielt ähm ich bin gerade am aufholen äh jedes Spiel war anders und wirklich anders also das ist krass das ist cool also wirklich ich find das ich find das wirklich äh erstaunlich ja Leute was ich aber auch erstaunlich finde ist dass wir jetzt einen Cut setzen werden ich bin gespannt wie es weiter geht ich hoffe euch hat's gefallen und mal gucken wie auch nächstes Mal es hier weiter geht haut rein bis dann wir sehen uns ciao ciao